Hallo Leute, heute gibt es mein allererstes ASMR Video. Ich dachte mir zum Einschlafen, würde dir das vielleicht gefallen? Und zwar dachte ich mir jetzt, ASMR ist wirklich mein Ding. Ich dachte mir, wieso nicht mal ein Video machen und ja, ich würde auch gar nicht so lange reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also wenn ihr mehr ASMR sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann jeden Tag eine Folge hochladen. Das würde euch helfen beim Einschlafen. Und es tut einfach gut, okay? So, wieso mal schreien? Wenn ich nicht auch flüstern kann. Warte, ich kann auch, ich muss nicht flüstern, aber ich kann auch so reden, okay? Also wer es immer nicht kennt, das sind quasi bestimmte Geräusche, die man macht. Und die bringen dich richtig fett zum Kotzen, okay? Du wirst richtig kotzen. Aber keine Sorge, wenn du ein Einmal hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn nicht, dann hast du die Arschkarte, okay? Ähm, aber gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Erster Gegenstand. Ähm, ich fange einfach mal an, okay? Okay. Okay, ich fange jetzt an, Leute. Das ist der, der, ähm, Switch-Controller. Und da tippe ich jetzt gerade meinen Wege-Ningel drauf. Ich glaube, das, dich triggert das. Triggert dich das? Triggert das etwas in dir? Warte, vielleicht von der anderen Seite auch nochmal. Ist schon, ist schon gut, aber ich hatte, ich hatte Lust auf was anderes, ehrlich gesagt. Hm, okay, warte, vielleicht klappt das? Hört man das? Man hört nichts, ne? Scheiße. Ich hätte eine Idee, und zwar, zieh das mal rein. Das könnte eine richtig geile Idee sein. Bei der Controller, einfach, pass auf. Das ist gut, das ist gut. Man hört das aber kaum, verdammt. Verdammt. Sorry. Ich hatte nicht vor, zu lachen, okay? Ich mach weiter. Ja, ich muss sagen, das triggert mich jetzt nicht so sehr. Ich brauche etwas, was mich triggert. Irgendwie, was dich triggert. Wir brauchen etwas, was triggert. Habe ich schon erwähnt, dass wir das brauchen, was triggert? Oh, ich hab was gefunden. Zieh das mal rein. Nicht so laut, Danny. Nicht von allem, wenn ich ab und zu lache, aber das Leben ist halt witzig. Sehr schön, sehr schön. Schlaf, 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 schlaf. Tja, aber du, bist du schon eingeschlafen? Bist du schon eingeschlafen? Oder bist du noch da? Also das ist ganz gut, auf jeden Fall mit dem Stift. Stift, 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 Stift. Guter ASMR-Sound. Es ist zum bereit, Donkey Kong, das werde ich dafür benutzen, aber die Sounds sind wichtiger als deine Gesundheit. Okay, sehr gut. Wie ihr wisst, ich bin ein Mikrofon-Fan. Ich habe viele Mikrofone, also... ja das gäste vielleicht auch leute mein Das ist wirklich leise. Brüste, 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 Brüste. Schule, 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 Schule. Schlechte Noten, schlechte Noten, schlechte Noten, schlechte Noten, schlechte Noten. Ganz viele schlechte Noten. Mathe, 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 Mat